Willkommen zu Tag 1 von Mauticon Global im deutschen Track Heat. Wir haben ja seit gestern eigentlich schon die Mauticon, deshalb ist es eigentlich korrekterweise Tag 2, aber heute fängt es deutschsprachig an. Und ich freue mich total, euch heute hier begrüßen zu können und freue mich auf den gesamten Tag, weil auch die ganze Anzahl von Knöpfen, die AirMeet zur Verfügung stellt, für mich neu ist und ich hoffe, ich kann ganz viele Knöpfe drücken, um danach viel Erfahrung darüber haben zu können. Aber es geht gar nicht um mich, es geht jetzt in unserem ersten Track um Matthias. Matthias Reich, Geschäftsführer von der Online Business Duplicator und er wird uns einen Vortrag halten zum Thema Einbefehl Installationsskript. Ich bin total deshalb gespannt, weil eigentlich klingt es total technisch, aber es ist ein Vortrag für Nicht-Techniker. Und wer Matthias kennt, ich habe ihn vor etwas mehr als zwei Jahren kennengelernt. Er ist ein geschätztes Community-Mitglied und auch einer der Gründer des Mautic-Cams oder des Mautic-Mondays, wie wir es auch nennen. Und danke Matthias, dass du schon so lange die Fahne hochhältst und tatsächlich auch dafür sorgst, dass Mautic im deutschsprachigen Raum verbreitet ist. Es ist deine Bühne. Ich klicke mich aus und wünsche dir ganz viel Spaß. Genau. Ja, super. Dann sehe ich schon, ein paar Leute sind schon da. Dann ganz kurz zu meinem Background. Dann wisst ihr so ein bisschen, die jetzt schon live dabei sind, wer mit dem ihr heute hier zuhört. Also ich nutze Mautic auch seit, ich weiß schon gar nicht, was sind das, vier Jahre oder fünf Jahre. Ich habe einen technischen Background eigentlich, aber ich würde mal sagen, deswegen bin ich eine Mischung aus Marketing und Techniker. Und ich, deswegen kann ich auch immer gut nachvollziehen, wenn ein Nicht-Techniker irgendwas nutzen möchte und ein Techniker sagt, das ist doch ganz einfach, mach doch einfach das und das. Und der Nicht-Techniker ist dann oft ein bisschen überfordert und lässt dann oft bleiben. Und jetzt habe ich mir auch ein bisschen überlegt, was kann ich der Mautic-Community zurückgeben, weil meine Firma, wir nutzen Mautic auch für eigene Kunden. Also wir haben so ein Paket, wo es alles gibt, von WordPress, Mautic und so weiter, so ein All-in-One-Ding. Und ich habe mir überlegt, ja, was kann ich so ein bisschen zurückgeben. Und immer, wenn ich jetzt irgendwie auf irgendwelchen Treffen oder wenn ich in die Mautic-Foren reinschaue und jemand ist jetzt so, mehr so ein Mautic-Einsteiger, dann sehe ich halt immer wieder auch Probleme. Mein Mautic verschickt keine E-Mails oder Kampagnen werden nicht ausgeführt. Und meistens führt das, oder ja, geht es einfach auch auf eine nicht komplett funktionsfähige Mautic-Installation zurück. Und jetzt habe ich mir überlegt, was könnte man machen, damit auch Nicht-Techniker, also ich sage jetzt mal jemand aus dem Marketing, der sagt, Mautic hört sich toll an, aber entweder haben wir keine Techniker bei uns oder wir können oder wollen niemand bezahlen oder finden niemanden. Deswegen habe ich mir überlegt, ich baue ein kleines Skript, also ein kleines Installations-Skript, zusammen mit ein paar Videos dann, mit der wirklich jemand, der nichts mit Linux, nichts mit Technik, der einfach, sage ich mal, Windows oder Mac oder Linux hat, Mautic richtig funktionsfähig und professionell dann nutzen kann, sozusagen. Und wenn ihr jetzt Mautic bisher noch nicht benutzt habt, dann würde ich euch ganz kurz zeigen, was normalerweise man so machen muss, wenn man so eine Mautic-Installation sich über eine Anleitung installieren tut, dass das eigentlich eben, ja, bei Nicht-Technikern eine ziemliche Herausforderung ist. Und dann würde ich euch danach mein Skript zeigen und eben auch die Schritt-für-Schritt-Schritte, die ihr machen müsst, wenn ihr Mautic wirklich für euch eben in Kombination mit meinem kostenlosen Skript installieren wollt, dann auch. Und gleich zur Info, wir haben ja jetzt ungefähr nur eine halbe Stunde. Ich werde bestimmte Punkte vielleicht nicht ganz so ausführlich machen, aber ich habe für jeden einzelnen Punkt, den ich jetzt hier vielleicht ein bisschen, ja, schneller durchgehe, habe ich kurze Videos aufgenommen, unter 10 Minuten. Und wenn ihr dann sagt, oh, Matthias, das ging mal ein bisschen zu schnell, dann könnt ihr die gerne auch später auf meiner Webseite, ich gebe euch den Link danach angucken, und dann könnt ihr auch jeden einzelnen Schritt nochmal ausführlich noch machen. Genau. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt schalte ich mal rüber auf meine Bildschirmfreigabe, damit ihr hier kurz in meine Mindmap hineinseht. Und ich schalte dann einfach auch währenddessen meine Kamera ab, damit man da nicht irritiert ist, und nachher schalte ich mich dann einfach wieder dazu, weil ich muss jetzt auch immer nach rechts zu meinem Laptop rüber gucken. Also, schalte nochmal ab hier, Video aus, zack, okay, gut. Jetzt, ich habe hier eine kleine Mindmap gemacht, durch die ich kurz durchgehe. Und ich habe jetzt hier mal eben, habe ich ja schon kurz angesprochen, hier unter dieser Adresse, die schreibe ich dann später nochmal in den Chat oder so, Online-Business-Duplicator-Mautik, da gibt es dann, ich habe sie hier im Hintergrund offen, ich habe sie noch nicht alle fertig, aber ihr seht hier, es sind ja dann Schritt-für-Schritt-Videos, hier bestimmte Sachen, die ich euch jetzt im Schnelldurchgang vielleicht ein bisschen zeige, die ihr dann ein bisschen ausführlicher euch entsprechend angucken könnt. Also, dann, dass es wirklich sehr einfach ist. Genau. Aber jetzt vielleicht ganz kurz, damit man so ein bisschen ein Gefühl hat, was man normalerweise so machen muss, wenn man eine Mautik-Installation professional nutzen möchte. Ich habe hier einfach mal eine, ich finde, sehr gute Anleitung genommen, aber die ist eben für einen Techniker. Und wenn ihr jetzt hier zuguckt oder später dann die Aufzeichnung anguckt, jetzt mal, um nur ein Gefühl zu bekommen, auf was man sich normalerweise hier, ja, wie soll man sagen, mit was man da so als Nicht-Techniker kämpfen muss, fahre ich jetzt einfach mal schnell hier runter zu der Anleitung. Hier heißt es zum Beispiel, man muss schon wieder irgendwelche Voraussetzungen hier haben, um überhaupt die Anleitung nutzen zu können. Gehe ich jetzt aber mal darauf nicht ein. Hier seht jetzt lauter so in grauen Kästen so Befehle. Und im Normalfall ist es so, man muss diese Befehle eben auf einem Server, mit der rechten Maustaste kopieren, und dann in ein Programm, mit dem man am Server steuern kann, reinkopieren. Und das muss man von vorne einfach mal runter, damit ihr seht, wie viel das so ist. Man muss hier kopieren, kopieren, kopieren. Und es gibt dann eben an bestimmten Stellen, hier zum Beispiel rot markiert etwas, dann müsste man dann in deiner eigenen Installation das hier, also das ist eben die Mautik-Domain, unter der dann Mautik später funktionieren soll, müsste man ersetzen. Ist normalerweise für einen Techniker kein Problem, bloß diese ganzen Geschichten hier, die muss man in einen Editor reinkopieren, wo man den Editor selber auch wieder kennen muss. Und wenn man den Editor nicht beherrscht, dann ist das einfach auch so etwas eigentlich Einfaches, wie Ersetzen von einem Text, dann schon eine Herausforderung. Aber ich möchte jetzt einfach nicht zu weit darauf eingehen, weil hier diese Problematik hier, wenn ihr da seht, Text, 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 das muss man alles reinkopieren, fahren wir mal noch ein bisschen weiter runter, oder hier zum Beispiel, da musst du hier darauf achten, dass du hier deine eigene E-Mail-Adresse angebst hier und solltest du hier nur ein einziges Zeichen irgendwie mal falsch eingeben, dann muss man oft die Installation einfach von neu beginnen. Also nur so ein bisschen, damit jetzt ihr einen Eindruck bekommt, wie man normalerweise sich durch so eine Mautik-Installation durchwurschteln muss. Aber würde man sagen, wir gehen jetzt mal zurück. Ihr könnt es euch jetzt vorstellen, dass es vielleicht nicht so einfach ist und deswegen gehen wir jetzt mal hier zu meinem kleinen Ablauf. Genau. Das habe ich euch gerade gezeigt und was ihr braucht, um ein professionelles Mautik zu installieren, ist so ein kleiner Linux-Server, auf dem man dann hinterher Mautik installieren kann. Ich habe auch hier eine Empfehlung. Ihr könnt zum Beispiel diesen Link hier, ups, gucke ich mir den mal, nehmen. Gehe mal kurz drauf. Das ist einfach auch ein deutscher Anbieter, habe ich da so verlegt. Und es gibt auch andere, aber ihr könnt hier zum Beispiel, da seht ihr hier, gibt es für 4,99 Euro so eine kleine Maschine. Die könnt ihr hier bestellen. Oh, also es reicht. Für 4,99 Euro würde ich mal sagen, hier mit diesen 8 GB RAM, das reicht euch locker für eine Mautik-Installation, ich würde mal sagen, mit einigen, bei einigen tausend, beziehungsweise ich würde auch mal sagen, schon fünfstellige Adressen. Also für 5 Euro seid ihr da sehr gut dabei. Oder wenn ihr sagt, wegen 4 Euro Aufpreis, könnt ihr auch hier die nehmen. Da habt ihr noch ein bisschen mehr RAM und ein bisschen mehr CPU-Leistung. Und dann wählt man hier einfach diese Maschine aus. Und wie das sonst so ist, hier, wir sind ja hier jetzt im deutschsprachigen Bereich, also würde man hier als Serverstandort Deutschland zum Beispiel wählen. und eigentlich brauchen wir nur noch hier unten, empfehle ich immer, auf diese Speicherart umzuschalten, weil die einfach viel schneller ist. Und hier unten mein Installationsskript, das ist das Einzige, was man eigentlich wirklich braucht, ist hier dieses sogenannte Ubuntu 2004. Einfach ein Betriebssystem, so wie es Windows und Mac gibt. Und Ubuntu ist einfach auch eine Linux-Art, sage ich einfach mal. Und sollte das bei euch, egal ob ihr diesen Anbieter nehmt oder irgendeinem anderen, nicht vorausgewählt sein, dann wählt ihr das einfach aus. Genau. Und hier unten, das ist eigentlich das, was wir auch noch brauchen, hier kann man bei dem Anbieter dieses sogenannte Root-Passwort generieren. Das heißt, das ist einfach das Passwort, mit dem man sich später dann mit dem Server verbindet. Das kann man auch später ändern, aber da nehmt ihr einfach ein richtig schön langes. Man sieht ja, man kann bis zu 30 Zeichen nehmen, also ruhig, schön, lang und kompliziert machen. Das Passwort wird euch dann von dem Anbieter, wenn er dort so einen Account bestellt, auch einfach per E-Mail zugeschickt. Das heißt, ich empfehle das einfach rauszukopieren. Und mehr müssen wir nicht machen. Das heißt, er geht hier auf Weiter dann, ja, wie es so ist. Man gibt seine Firmendaten noch ein und würde das Ding einfach bestellen und fertig. Und dann wäre es sozusagen der kleine Miniserver, auf dem dann später Mautik drauf ist, das wäre dann schon erledigt. Das heißt, nochmal hier zurück zu meiner Mindmap. Wir haben diesen, diesen Schritt hätten wir jetzt auch erledigt hier. Und was wir jetzt brauchen, wir brauchen jetzt noch ein kleines Programm, mit dem man auf diesen Server zugreifen kann. Ich habe euch hier den Link auch. Das gibt es ein kostenloses Programm, das finde ich ganz gut. Das heißt, termnews.com gibt es das. Auch dafür habe ich dann, also hier steht es auf dem, unter der Adresse, da habe ich dann ausführliche Videos wie dieses Termnews-Programm. Ihr seht, ist genau die gleiche Webseite. Das könnt ihr einfach hier, klickt auf Windows oder Mac und installiert euch dieses Programm sozusagen, damit ihr da drauf zugreifen könnt. Genau. Und jetzt gehe ich mal, und mache ich das zu. So. Heißt, wir würden sagen, Schritt 4 haben wir jetzt auch erledigt. Wie gesagt, wenn euch das hier so schnell geht, dann schaut ihr dann später einfach diese Videos an. Und jetzt kommt noch was, das ist jetzt, das kann ich euch leider ein bisschen schlecht zeigen, weil das ist bei jedem ein bisschen anders. Und zwar, ihr möchtet ja euer Mautik unter irgendeiner Internetadresse, also unter einer Subdomain, erreichbar machen. Also ich sage jetzt mal, wenn eure normale Webseite max-huber-gmbh.de heißt, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr eine Subdomain einrichtet, also dass ihr sagt, euer Mautik soll unter m.max-huber-gmbh.de erreichbar sein. Und dieses m ist sozusagen dieses Subdomain. und wenn ihr, egal wo ihr eure Domain nutzt, also euer Webhosting, ob das jetzt Strato 1&1 oder wie sie alle heißen, diese Anbieter, dort gibt es immer eine sogenannte DNS-Verwaltung. Und bei dieser DNS-Verwaltung, da kann man einen, wie es hier heißt, DNS-A-Eintrag einrichten. Auch dafür habe ich auf der Webseite ein kurzes Video, ein Beispiel von der Software, die ich nutze. Aber nur, das ist das Einzige, was ich euch schlecht zeigen kann, weil das bei jedem ein bisschen anders ist. Und zwar ist es so, wenn ihr bei dem Anbieter, bei dem ihr euch diese kleine VPS-Maschine, also diesen virtuellen Server, bucht, dort bekommt ihr eine IP-Adresse. Also es ist so eine, kennt ihr vielleicht, eben so eine lange Nummer. Und ihr müsst dann, müsst ihr zum Anbieter oder zur Software gehen, bei der ihr eure normale Domain habt und dort in die DNS-Verwaltung reingehen und dann könnte man sagen, also ihr habt zum Beispiel, ihr richtet dann ein und sagt, m.maxuber-gmbh.de, ja, die soll dann auf die IP-Adresse 123.456 oder wie auch immer, Moment, so, so sieht es ja irgendwie aus. Das heißt, diese IP-Adresse, die bekommt ihr von dem Anbieter, bei dem ihr diese kleine VPS-Maschine bestellt habt. Und damit eben Mautic später unter dieser Subdomain erreichbar ist, müssen wir eben diesen DNS-A-Eintrag, heißt es eben, einfach auf die entsprechende IP-Adresse einrichten, die ihr von dem VPS-Provider bekommen habt. Und das könnt ihr, wie gesagt, über die Web-Post in die Verwaltungsoberfläche einstellen und dann, ja, zeige ich euch jetzt gleich, wie ihr das überprüfen könnt, ob das auch wirklich funktioniert hat. Und zwar gehe ich dazu jetzt mal in dieses Termios-Programm. Moment, da habe ich es. Genau, hier habe ich das Termios-Programm. So sieht es aus. Ich habe dort jetzt schon, gut, das ist meine Maus hier. Ich habe dort hier auch, seht ihr, hier ist auch diese IP-Adresse, die jetzt in meinem Fall ist und die würdet ihr dann eben, ihr würdet hier neuer Host sagen, dann gibt ihr die IP-Adresse ein und was er dann noch braucht, der Benutzername ist standardmäßig root und das Passwort, das bekommt ihr eben auch von diesem VPS-Provider beziehungsweise das habt ihr vorher ja über deren Bestellseite generiert. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man da einfach hier einen Doppelklick machen und dann ist man schon mit diesem Mini-Server verbunden. Und jetzt habe ich euch ja gesagt, wenn ihr hier, Moment, mit meiner Maus, wenn ihr hier diese Sub-Domain eingerechnet habt, dann ist es ja sinnvoll zu überprüfen, ob das auch wirklich gepasst hat. Und bei mir ist es jetzt so, jetzt mal hier CL, kann ich hier etwas eingeben, ich gebe jetzt nur mal Clear ein, dass das Bildschirm ja leer ist und es gibt in der Linux einen sogenannten Ping-Befehl, mit dem kann man sozusagen sagen, Hallo, Hallo, Empfängeradresse, antworte doch mal bitte, wenn du existierst. Und ich habe es zum Beispiel so gemacht, ich habe hier, ich habe eine, eine, ich gucke es mir mal rüber, ich habe jetzt hier für diesen kleinen Vortrag eine Domain eingerichtet, die heißt bei mir hier, wenn ihr es seht, Mautic-Demo01-Online-Business-Duplicator, ja, und statt diesem, statt dieser Sub-Domain würdet ihr in eurem Fall zum Beispiel m.maxhuber-gmbh.de eingeben und wenn ihr jetzt Return macht, dann seht ihr, kommt jetzt irgendwie solche Antworten zurück und wenn diese Antworten zurückkommen, dann seht ihr hier diese IP-Adresse. Bei euch würde diese IP-Adresse natürlich, die IP-Adresse sein, die ihr von dem VPS-Provider bekommen habt und wenn das hier so zurückantwortet, dann wisst ihr, es funktioniert. Jetzt mache ich mal ein Beispiel, wie es nicht funktioniert, also ich habe zum Beispiel, Mautic-Demo01, aber ich habe zum Beispiel, die 999 habe ich nicht eingerichtet und wenn ich das mache, dann seht ihr, hier gibt es so einen Fehler zurück, Name oder Service unbekannt. Das heißt, wenn ihr eure Sub-Domain über diesen DnSA-Eintrag eingerichtet habt und ihr macht diesen Ping-Befehl und jetzt kommt sowas zurück, dann funktioniert irgendwas noch nicht und dann seid ihr noch nicht bereit für die Mautic-Installation. Wenn ihr aber so wie hier oben den Befehl zurückbekommt, dann passt alles und dann sind wir letztendlich bereit für den Befehl, um Mautic komplett zu installieren. Genau, und dazu gehe ich jetzt mal, gehe ich jetzt nochmal hier zu meinem kleinen Mindmap, machen wir das hier zu, den Schritt haben wir eigentlich jetzt auch erledigt und hier heißt es eben, Mautic inklusive Server Tools per Script installieren. Ich mache das jetzt mal hier auf und hier unten habe ich jetzt einen einzigen Befehl, das ist sozusagen der Befehl, der geht zu dem Installationsprogrammchen, das ich eben geschrieben habe und das kopiere ich mir jetzt einfach und das wird bei euch dann exakt gleich sein. Also, ihr loggt euch in den Server ein und dann könnt ihr hier einfach diesen ganzen, machen wir es ein bisschen weiter, dann sieht man es ganz einfach. Jetzt auch. Genau. Ihr braucht bloß dieses ganze Ding hier reinhauen, dann macht ihr die Return-Taste und jetzt heißt es schon, willkommen zu eurem automatischen Mautic-Installation und jetzt fragt euch mein Script, unter welcher Subdomain soll denn Mautic denn installiert werden. Und ich nehme da jetzt einfach genau mal diese Muster-Domain, die ich jetzt hier für meine Demonstration mal eingegeben habe, also hier Mautic-Demo01, bla bla bla. Ihr würdet hier einfach natürlich dann eure Subdomain, also zum Beispiel das m.maxmustergmbh.de oder irgendwas eingeben. So. Jetzt fragt ihr noch, von welcher E-Mail-Adresse möchtet ihr als Absender da schicken. Da trage ich jetzt in meinem Fall einfach mal hier meine ganz normale Info-Ad. Das heißt, ihr tragt halt hier die E-Mail-Adresse ein und der später dann euer Mautic die E-Mails verschicken soll. Und jetzt kann man noch einen Vornamen eintragen, weil das wird in Mautic auch an verschiedenen Stellen verwendet und Nachnamen. Und jetzt, wenn ihr wollt, ihr könnt hier, wenn ihr müsst, müsst ihr nicht machen, aber könnt ihr machen, dass ihr hier nochmal eine E-Mail-Adresse eingibt, wo ihr sagt, der Matthias darf mir oder soll mir Infos schicken, wenn eben sich rund um dieses Script irgendwas ergibt oder wenn ich sage, es gibt irgendwelche sinnvollen Änderungen, dann könnt ihr hier noch eine E-Mail-Adresse einfügen und dann schicke ich euch in Zukunft dann Infos per E-Mail, wenn es rund um das Script irgendwas Neues gibt oder wenn ich irgendwelche neue Videos aufgenommen habe. Okay. Und jetzt haben wir eigentlich alles fertig gemacht. Das heißt, hier unten bist du bereit für die Installation. Falls ja, Eingabetaste drücken und wenn du dir auffällst, du hast irgendwas hier falsch gemacht, dann kannst du einfach Control oder Steuerung C drücken und dann kommst du hier raus. und jetzt kann ich mal kurz auf die Uhr schauen. Jetzt haben wir ungefähr 12 Uhr 19 oder gleich 20 und jetzt mache ich mal Return und jetzt lassen wir mal schnell diese Installation durchlaufen. Das heißt, alles, was ihr jetzt hier seht, sind letztendlich, wenn ich nochmal, ich glaube, ich habe schon zugemacht, wo man zu meinem, wenn ich mein Ding zurückgehe, hier, hier ist eigentlich genau hier die Anleitung, oder es sind alles, was ihr hier, dass ihr versteht, so ein bisschen versteht, was macht das Skript, alles, was bei so einer Anleitung ihr manuell machen müsstet, also irgendwas ausführen, eingeben und so weiter, das wird eben von meinem kleinen Installationsprogramm alles vollautomatisch von vorne bis hinten gemacht und am Ende, wenn das jetzt in 2-3 Minuten fertig ist, dann werdet ihr letztendlich einfach nur mit dem, werdet ihr sehen, dann kippt euch das Skript und benutzt. Nutzername, jetzt sind wir fertig, was haben wir jetzt? 12.20 Uhr, also ungefähr 2 Minuten und jetzt können wir hier, ihr seht hier, Mautic Demo 01, das ist genau, wir sagen die URL und die kann ich mir jetzt mal nehmen und rufe die jetzt einfach mal auf. Oh, ja, habe ich jetzt falsch geschrieben oder ist das jetzt ein Vorführeffekt wahrscheinlich? Moment mal, muss ich jetzt hier vielleicht mal schnell am Browser neu starten, ein Moment, das ist natürlich der Vorführeffekt von einer Live-Demonstration. Schauen wir mal, habe ich noch etwas falsch geschrieben? Kann aber sein, dass es jetzt hier bei meinem DNS ist. Ein Momentchen. Ja, das ist natürlich jetzt der schöne Effekt, weil ich habe, weil ich habe das vorher gerade erst eingerichtet, dieses Mautic Demo 01 oder ich habe gedacht, ich habe es eingerichtet, jetzt muss ich noch mal kurz gucken. das ist der Vorführeffekt. Schauen wir mal, was wir da am sinnvollsten jetzt machen. Was könnte man denn jetzt hier noch bei meinem Internetzugang, ist nämlich die Adresse jetzt wohl noch nicht bekannt. Ansonsten, jetzt schauen wir mal, ich starte mal schnell die Maschine, schnell kurz. Ich glaube, ihr könnt mir glauben, dass es kurz fertig genauso funktioniert. Ich kann mal schnell, ob nach dem Neustart funktioniert. Ich habe nämlich vorher auch gerade an dem Skript noch was optimiert. Vielleicht habe ich da jetzt noch eine Kleinigkeit mit dem Tippfehler oder sowas. Also ihr seht, selbst jemand, der sich mit Technik beschäftigt, dem passiert dann auch mal ein Fehlerchen oder ein Ding. Schauen wir mal. Aber dann würde ich mal sagen, machen wir es mal so. Ich gehe mal einfach mal zurück. Ja, es kann jetzt gut sein, dass ich eben diese Subdomain jetzt vorher nicht korrekt eingerichtet habe. Aber ich werde das auf jeden Fall nochmal nachliefern. Das heißt, auf der Webseite, wo es hier diese ganzen Videos gibt, da zeige ich euch das nochmal. Da habe ich eben dann auch schon ein Video vorbereitet, wo ich so eine Muskelinstallation mal gemacht habe. Aber, weil ihr wollt ja hier nicht zuschauen, dass ich mir nach dem Fehler suche. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir gehen einfach mal zum nächsten Punkt. Und zwar, ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, ja, dass diese automatische Installation auch so ist, dass ihr die hinterher auch vernünftig nutzen könnt. Das heißt, ich, auch, dass es Sachen in Sachen Sicherheit passt. Das bedeutet, das Inflationsskript, das installiert auch automatische eine Firewall, das heißt, eine, ja, eine Sicherheitswand, wenn ihr nicht wisst, was das ist. Und die lässt eben wirklich nur das zu, was man wirklich braucht. Und zwar eben die Verbindung, damit ihr euch mit diesem Terminal-Programm eben verbinden könnt und eben über HTTPS. Das heißt, das mautig immer unter HTTPS und dann der Subdomain eben erreichbar ist. Und ich habe es auch so gemacht, dass, wenn man sich jetzt da per SSH, also über dieses Terminal-Programm einloggt, sobald ihr eben einen neuen Server habt, gibt es irgendwelche Bösewichten, die sage ich mal im Internet, die versuchen, sich in den Server einzuloggen, also irgendwie Passwörter durchzuprobieren. Aber da habe ich auch was installiert, dass eben sobald man, ich glaube, fünfmal hintereinander das falsche Passwort eingibt, dann wird die, derjenige mit der IP-Adresse, der das versucht, der wird für einen Tag blockiert. Das heißt, der kann sich dann nicht einloggen. Und genauso, das, ich habe eine automatische Funktion, das täglich macht Mautik in der Nacht ein Backup. Ich habe das, glaube ich, eigentlich für sieben Tage oder 14 Tage sozusagen. Das heißt, wenn ihr irgendwie ein, irgendwas in Mautik macht und auf Versehen geht irgendwas kaputt, ihr habt irgendwie Adressen gelöscht oder, oder ihr habt ein Mautik-Update gemacht und irgendwas hat nicht gepasst, dann könnt ihr eben mit diesem kleinen Skript jederzeit zu dem letzten Backup-Stand zurück oder einen der letzten sieben Tage oder wie lang es auch eben der Fall ist. Ihr könnt auch ein Backup jederzeit machen, wenn ihr sagt, ich mache jetzt größere Änderungen oder ich will das Mautik, ein Mautik-Update machen und so weiter. Also auch dafür habe ich fertige Skripte und eben auf dieser, der Webseite hier werde ich dann auch noch ein kleines Video machen, wie ihr eben dieses Skript installieren oder nicht installieren, sondern wie ihr einfach, dass ihr sehen könnt, so könnt ihr jederzeit in Echtzeit ein Backup machen und ihr könnt es auch jederzeit zurückholen und es ist auch so, ihr könnt mit einem Programm, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr eine Webseite habt, habt also FileZilla zum Beispiel, also einem Programm, kann man sich auch direkt in das Verzeichnis verbinden, in dem dann eben die Mautik-Backups sind. Das bedeutet, ihr könnt die ganzen Mautik-Backups auch immer wieder runterladen, egal ob ihr das automatisch macht oder manuell und somit habt ihr nie die Gefahr, dass euch irgendwie auf irgendeinem Weg eure Mautik-Installationen mit den Adressdaten und so weiter eben irgendwie verloren gehen letztendlich. Und was ich auch gemacht habe, das ist vielleicht noch was, wo man dann auch diskutieren kann, ich habe auch ein kleines Skript gebaut, mit dem man Mautik automatisch updaten kann. Das könnte man auch so einstellen, dass es zum Beispiel einmal im Monat oder täglich oder wie oft auch immer automatisch guckt, ob es eine neue Mautik-Version gibt und die automatisch einspielt. Bei mir ist es so, ich persönlich, wenn es eine neue Mautik-Version gibt, ich warte lieber immer erst ein paar Tage, weil es kommt nicht oft vor, aber manchmal passiert es, dass es mit einer, mit einer neuen Version, dass bestimmte Sachen, die vorher gingen, hinterher dann eben, ja, nicht mehr gehen. Und deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig, aber ich habe das auch so vorgesehen, dass ihr, wenn ihr dann dieses Mautik-Skript nutzt, dass ihr dann selber auch entscheiden könnt, ja, soll dieses Skript, diese Mautik-Updates einfach immer automatisch einspielen. Vorher wird es selbstverständlich automatisch ein Backup gemacht oder ob ihr sagt, nee, das mache ich lieber von Zeit zu Zeit auch selber dann einfach. Genau. Da habe ich mir hier noch mögliche Verbesserungen, also was man, habe ich hier noch aufgeschrieben, dass man eben auch, also Linux, also das Betriebssystem, das auf dieser kleinen VPS-Maschine läuft, das muss auch immer wieder geupdatet werden und das werde ich auch noch einbauen, dass sozusagen auch diese nützlichen Sicherheits-Updates, also es gibt ja immer wieder mal irgendwelche Sicherheitslücken, so wie das bei Windows und bei Apple, wo Mac ja auch der Fall ist, ist das bei Linux ja auch oder kleine Verbesserungen und die werden auch dann automatisch eingespielt, also das machen wir, machen wir noch eine kleine Verbesserung rein, einfach mit dem Gedanken, dass, wenn ihr Mautik nutzen wollt und ihr wollt euch einfach wenig mit der Technik dahinter verbinden, oder wie soll man sagen, beschäftigen, das einfach, ja, dass ihr euch da keine Gedanken und keine Bauchschmerzen haben müsst und dass ihr sagt, da hat sich jemand vernünftig Gedanken gemacht und eben, dass ihr sagen könnt, ich konzentriere mich auf die Mautik-Nutzung an selber und muss mich jetzt nicht so mit diesem technischen Zeugs im Hintergrund beschäftigen und was ich auch eben gedacht habe, dass wir das noch so machen, dass ihr, wenn eben ein Mautik-Update installiert wird, dass ihr eine kurze E-Mail bekommt, könnt ihr euch ja auch selber dann schicken lassen, weil dann wisst ihr, ah, jetzt ist eine neue Mautik-Version und sollte irgendwas für euch jetzt auch einmal komisch sein, dann wisst ihr, okay, es liegt daran zum Beispiel. Genau. Ich habe hier jetzt noch Kontakt zu Matthias, tut mir leid, dass es jetzt hier die kleine Demonstration vorher mit meinem Skript ein bisschen schief gegangen ist, aber das ist halt der Live-Charakter jetzt einfach und wenn ihr das grundsätzlich interessant findet, aber sagt, okay, das war mir jetzt ein bisschen zu kompliziert, wie gesagt, schaut einfach in den nächsten Tagen hier auf die Seite online-business-duplikator-mautik, da werde ich ja Stück für Stück alle Videos, die ich erstellt habe, reinstellen, das heißt, dann könnt ihr die Schritte, die ich jetzt vielleicht ein bisschen sehr schnell gemacht habe, könnt ihr nochmal nachvollziehen, was ich euch auch anbieten kann, ihr könnt, ich kopiere mal schnell die URL raus, wenn ihr euch für Mautik interessiert und vielleicht noch am Anfang seid, ich habe vor kurzem ein komplettes Buch geschrieben, es geht jetzt nicht ausschließlich nur um Mautik, es geht ja auch sehr viel um Online-Marketing, weil ich so ein bisschen Hobby-Imker bin, habe ich das hier, ein bisschen, ja, Online-Marketing für Unternehmer und Selbstständige, warum der Anfang kein Honigschlecken ist und wenn ihr möchtet, könnt ihr da drauf gehen, ich schenke euch das nahezu, das heißt, das Buch selber ist kostenlos, ich würde euch bloß bitten, halt 4,99 Euro Versandkosten zu übernehmen und dann schicke ich euch das gerne zu und ihr könnt ja mal gucken, wenn wir hier am Inhaltsverzeichnis sind, da habe ich ziemlich viel auch über, hier seht ihr, die Gratis-E-Mail-Marketing und Automationssoftware Mautik, das heißt, ich habe euch so ein bisschen beschrieben, was kann man damit machen, was sind die Vorteile und eben auch, wenn ihr jetzt gerade zum Beispiel Mautik-Einsteiger seid und ihr das irgendwie Mautik mit eurer Webseite verbinden wollt, da habe ich hier auch, ihr seht Mautik-Tracking auf Besucherebene oder Werbung per Brief mit Mautik messen, wenn euch das interessiert, dann könnt ihr euch das Buch gerne holen, wie gesagt, 4,99 Euro, ich glaube, da wird keiner reich, ich verdiene jetzt auch nicht groß was dran, ich freue mich halt dann über Kontakte und wenn so jetzt für mich ein neuer Kontakt rauskommt, ist es in Ordnung, genau. Dann würde ich mal sagen, schalte ich mal rüber wieder zu meiner Webcam, schauen wir mal, ob die wieder eingeht, genau und hier in unserem kleinen deutschsprachigen Session, vielleicht gibt es irgendwelche Fragen, die ihr habt, die ihr zuschauen oder auch wenn ihr später das in der Aufzeichnung anschaut, schickt mir gerne einfach, ich habe hier die Adresse, info at online-business-duplicator.de, schickt mir gerne eine E-Mail, wenn ihr sagt, ich hätte eine Frage oder ihr habt noch einen Vorschlag oder irgendwas, also auch wenn ihr sagt, ihr kennt euch schon sehr gut aus mit Mautik, aber wenn ihr sagt, ah, das finde ich eigentlich eine gute Idee, so ein wirklich einfaches Installationsskript für Mautik zu machen, dann bin ich da sehr offen, baue ich das auch gerne ein, genau. Und wie gesagt, hier auf der Seite, das habe ich schon angesprochen, das ist meine Maus hier, hier unter diesem Online-Business-Duplicator Mautik, ich werde da einfach auch oben noch ein Eingabeformular machen, da könnt ihr, wenn ihr wollt, auch eure E-Mail-Adresse eingeben, dann schicke ich euch einfach eine kurze Benachrichtigung, wenn es neue Videos gibt, rund um dieses Skript und dann hört ihr von mir und ja, vielleicht kann ich so dem einen oder anderen jetzt darüber helfen, einfach ein bisschen mit Mautik schneller zu starten und einfach hinterher auch ja, weniger Probleme mit der Technik zu haben, also ich habe auch schon weitere Videos erstellt, wenn man die Mautik-Installation hat, also ihr habt ja dann immer die Möglichkeit, dass ihr sagt, ah, wenn ihr zu Testzwecken jetzt nur ein paar wenige E-Mails verschicken wollt, dann könnt ihr im Mautik ja einfach die E-Mail-Zugangsdaten von euren Web-Posting-Anbietern eingeben, also wenn ihr über Outlook oder Thunderbird-E-Mail-Programm E-Mail verschickt, dann könnt ihr das über Mautik ja auch machen, aber meistens ist es eben so, dass man über so einen normalen Web-Posting-Anbieter jetzt, ja, keine paar tausend E-Mails pro Tag verschicken darf, sonst sagen die, für ein Newsletter ist das nicht gedacht und dafür gibt es spezielle Anbieter, also man kann zum Beispiel über Amazon, Amazon SIS heißt es, also Simple E-Mail Service, da kann man super günstig und sehr zuverlässig, 10.000 E-Mails kosten unter einem Dollar, also unter einem Euro, man muss keine monatlichen Gebühren bezahlen und wenn ihr jetzt sagt, ihr habt jetzt diese Mautik VPS-Maschine für diese 4,99 Euro oder was die kostet und wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr habt jetzt ein Newsletter oder ihr habt 5000 Empfänger und ihr schreibt die jetzt, sagen wir mal, viermal pro Monat an, also viermal 5000, dann hättet ihr 20.000 E-Mails, die ihr verschickt und dann müsstet ihr an Amazon SIS noch 2 Euro bezahlen, das heißt, ihr hättet für 5 Euro plus 2 Euro euer ganzes E-Mail Newsletter, Marketing Automation abgewickelt und was mir hat auch gut gefällt, ihr habt die komplette Kontrolle darüber selbst, also ihr, ihr habt nie mehr das Problem, dass ihr sagt, ich bin ein E-Mail Marketing Anbieter, der passt euch nicht mehr oder erhöht die Preise oder irgendwas, sondern es ist eure Mautik Instellation, die bleibt und die könnt ihr auch jederzeit ja umziehen, auch von einem Anbieter zum anderen. Genau. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, gerne, oder Stefan, wenn dir irgendwas einfällt, wo du sagst, da habe ich was gesehen, hast du das schon gedacht oder überlegt, ist das schon vorgesehen, natürlich der Vorführeffekt, dass man gerade jetzt nachdem es gibt und läuft. Ich weiß, dass das bei dir irgendwie läuft und du machst es ja lange genug und ich glaube, das ist, also während du sprachst, hatte ich hier natürlich bei Airmeet gesucht, wie ich mich wieder selbst einblenden kann, das weiß ich jetzt, es gibt tatsächlich einen Knopf dafür. Was mich am meisten quasi bewegt ist, ich vermute, dass dein Skript unter einer freien Lizenz läuft. Wie hast du geplant, Zusammenarbeit, Verbesserung von der Community entgegenzunehmen? Weil dafür gibt es ja typischerweise eigentlich dann die öffentlichen Repos bei GitHub oder GitLab. Das sah jetzt bei dir nicht danach aus, sondern ich lade mir das Skript von deiner Webseite herunter. Hast du da Pläne? Ich bin, es ist okay, nicht, aber ich bin darauf völlig offen. Also ich bin ja auch, ich bin ja auch kein Programmierer, sage ich mal. Also ich habe halt einige Sachen automatisiert, also auch, ich bin auch sehr offen, dass wir sagen, wir machen das noch professioneller oder noch schöner oder irgendwas. Also ich würde sagen, mein Fokus ist auch, also ich kann, glaube ich, den Leuten, also zwischen der Technik und den Marketingleuten so halbwegs vermitteln und ich verstehe den Techniker, ich verstehe die Marketer und da bin ich völlig offen, da habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht. Ich habe dieses Skript vor, ich weiß nicht, vor drei Monaten habe ich das eigentlich mal für einen Chefspartner von mir geschrieben, weil da einer nach dem anderen kannst du mir auch eine Mautik installieren, man kann, okay, jetzt muss ich mir mal das hinsetzen und so ist das eigentlich entstanden, dass man mir gesagt hat, das eigentlich, das habe ich eh schon geschrieben und weil immer wieder Leute sagen, ich würde meine Grundjobs funktionieren nicht, irgendwas passt nicht oder die sind nicht optimiert und haben ja gedacht, auch die ganzen, es gibt ja tolle Anleitungen auch auf Deutsch und wenn man auch wirklich sagt, man hat den Biss, sich da durchzuhacken, dann funktioniert das ja auch, aber es hat halt eben nicht jeder und deswegen war wirklich mein Gedanke, wie kann ich es aufs Minimum runterbrechen, dass das, was technisch ist, wirklich möglichst alles automatisiert wird und der Laie wirklich sagt, okay, das mache ich jetzt mal, weil wenn der Einstieg schon so, dann finde ich immer persönlich, wenn der Einstieg sehr holprig ist, dann verlieren auch viele so ein bisschen die Lust, vielleicht weiterzumachen, die eben jetzt nicht so sich in diese Technik reinbeißen und das ist so ein bisschen mein Anliegen auch, dass eben die Nicht-Techniker mit Mautik auch starten, egal ob das Selbstständige sind oder jemand, der ein Start-up macht oder auch jemand aus einer Marketingabteilung, die sagen, wir suchen zwar nach einer neuen Software, aber wir haben jetzt niemand oder so ein riesiges Projekt machen, ich könnte doch das einfach mal schnell installieren, in Ruhe schön anschauen, in die Richtung gingen eigentlich so meine Gedanken ein bisschen. Super, unterstütze ich, vor allen Dingen, weil wir im Jahr 2022 tatsächlich nicht mehr von Hand irgendwas installieren müssen. Dafür gibt es Automatisierung. Hier ist eine Frage noch reingekommen, wie du die Updates behandelst, also wenn ein Update schiefläuft, du hattest, glaube ich, erwähnt, dass du vor dem Update im Skript ein Backup erstellen lässt, inklusive Datenbank, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also ich mache es so, es ist, Mautic besteht ja aus zwei Teilen, wir haben die Mautic Datenbank und wir haben die Mautic Dateien, sage ich jetzt mal für den Line und ich habe das so gebaut, also ich sage, dieses Skript, egal wann das läuft, es erstellt eine Backup-Datei von der Datenbank, packt die in eine ZIP-Datei, dass die schön klein ist und dann meistens, also es sind einfach zwei Dateien sozusagen, die haben dann auch einen Timestamp, also eine Uhrzeit und ein Datum, die landen in einem Verzeichnis auch auf dem Server, das heißt, die kann man auch runterladen und mit meinem kleinen, ja, Wiederherstellungsskript kann man dann auch sagen, ich möchte genau jetzt die Variante von vor drei Tagen oder von wann auch immer wiederherstellen und dann kann man halt auch ein bisschen, also mit dem Gedanken, ich hatte das auch zwischendrin mal, man macht einen, man installiert Mautic und im Mautic gibt es ja oben rechts noch diesen Update-Button und der hat mir persönlich schon ein paar Mal eine Mautic-Installation kaputt gemacht und wenn ich das über die Web-Oberfläche mache und da war es halt immer gut, wenn ich sage, ich kann das Backup wieder herholen und auch das ist was, wie gesagt, ein Techniker sagt, ja klar kümmere ich mich ums Backup, aber ein Laie, der installiert das Mautic und dann irgendwann, oh, jetzt geht irgendwas nicht und das finde ich persönlich so gut, wenn man dann weiß, wenn irgendwas nicht geht, das Ding hat in der Nacht oder, also ich habe es glaube, auf vier Uhr eingestellt, macht das automatisch ein Backup und wenn man in der Früh das Mautic aufmacht und es geht irgendwas nicht, dann kann man sagen, okay, holen wir doch die Version von der Nacht wieder her, aber normalerweise gibt es ja keine Probleme so währenddessen, sondern eigentlich meiner Erfahrung ja nur, wenn man, also wenn jetzt Mautic, jetzt haben wir, was haben wir Mautic 4, 3, 1 oder so und wenn jetzt Mautic 5 kommen würde, dann wäre ich persönlich zum Beispiel ein bisschen vorsichtig, wenn ich in der Live-Installation, heute kommt Mautic 5 raus, dann würde ich mir vielleicht ein bisschen warten, bevor ich Mautic 5 installiere und genau für so einen Zweck wäre das, wenn man sagt, ich habe Mautic 5 jetzt installiert, von mir aus am Abend, wo jetzt nicht viele Kunden auf der Webseite sind, ich gucke dann über die Web-Oberfläche, wenn alles normal aussieht, passt und wenn man feststellt, die Oberfläche kommt gar nicht mehr, dann sagt man, okay, schnell mal Backup wieder her und dann ist man wieder auf der Vorgängerversion und dann schaut man vielleicht erstmal, wartet ein paar Tage oder schaut ins Forum, vielleicht hat es ja wirklich irgendwas schiefgegangen, also das ist jetzt die reine Backup und ansonsten eben, ich habe ein Skript, was auch Mautic auf dem aktuellen Stand halten kann, aber da war ja eben auch die Überlegung, also man könnte, ich könnte es technisch einstellen, dass ich, vielleicht mache ich es so, dass ich ein Video mache und sagt, derjenige, der sagt, ich möchte mich nicht drum kümmern, der Server soll Mautic selber updaten, dass man sagt, okay, der macht es dann, wenn es ein Update ist und derjenige sagt, nee, ich möchte es nicht, dass der das halt auskommentiert, einfach einfach deaktiviert, aber da mache ich auf dieser kleinen Webseite einfach kleine Erklärungsvideos, sodass man dann sagen kann, okay, ich weiß, wie das tut. Hier war noch eine Frage, du verwendest für die SSL-Serts beim Installieren, den wahrscheinlich letzten Crypt-Sert-Manager, richtig? genau, ja, genau so und was habe ich sonst noch vielleicht überlegen, was ist vielleicht, was ich vergessen habe, nee, ja, ich habe eine deutsche Variante und ich mache es so, ich habe die ganze Oberfläche schon eingedeutscht, also ich habe auch die benutzerdefinierten Felder, also da steht ja die Phone und Street, habe ich alles schon eingedeutscht, also das heißt, mit meiner Installation habt ihr dann jetzt alles auch deutsch, ich habe auch so Sachen, wie wenn man sich, der Abmeldelink, der steht ja auch dann in der Konfiguration drin, von wegen, an jeder E-Mail unten möchtest du keine E-Mails bekommen, da klickst du hin, das habe ich auch einfach von vorne bis hinten eingedeutscht, dass wenn man, natürlich der Vorführeffekt, wenn wir die Oberfläche gesehen hätten, wäre alles auf deutsch und an jeder Stelle wäre das schon drin und auch sowas wie Vorname, Nachname, das wird halt dann auch überall natürlich schon an die richtige Stelle eingesetzt, dass also in dem E-Mail auch eine Art Impressum drin ist. Das ist ja auch was, was wir zum Beispiel überlegen könnten, wenn man um Verbesserungen geht, wenn man mal sagt, man hat vielleicht sinnvolle Kampagnen oder irgendwas, könnte man grundsätzlich ja auch in diese Musterinstallation reinbauen. Wenn jemand sagt, dann wären in dieser Musterinstallation schon ein paar Kampagnen, schon ein paar E-Mail-Vorlagen, das wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert, wo man sagt, man könnte ein Mautik zum Spielen sich holen, also wo ich sage, das hat zum Beispiel schon Demo-Adressen drinnen, also das wäre vielleicht sogar, also das wäre eine Überlegung wert, dass man sagen kann, man kann bei der Installation sagen, ich möchte das Mautik mit Demo-Inhalten zum Rumspielen, es sind schon ein paar Testadressen und ein paar E-Mails drin, man kann das besser angucken und wenn man sagt, so, jetzt passt alles, dann kann man diesen Server ja auch immer zurücksetzen, also ich sage jetzt mal für den Laien löschen oder dass er neu aufgesetzt wird und dann kann man die Installation auch nochmal durchlaufen lassen, dann eben ohne Demo-Inhalte. Also vielleicht eher das, was ganz gut ist, weil wenn man sagt, man will Mautik wirklich nur kennenlernen, mal reingucken, man schaut rein und Mautik ist mit leeren Adressen keine E-Mails, es ist vielleicht von Einsteiger am Anfang, man weiß gar nicht, wo man hinklicken soll und wenn man ein bisschen was hat, also ein paar Adressen, eine kleine Kampagne oder sowas, das kann man ja uns überlegen vielleicht, was wir da an Ideen haben oder sowas. Okay, das geht nochmal in eine andere Richtung, ich verstehe. Hier kam noch eine Frage, die will ich wie folgt einführen, du hast vielleicht davon gehört oder kennst das oder hast bei den Recherchen für die Überlegung, ich baue das Installationsskript, gibt ja so One-Click-Hoster oder auch so Plattformen, die quasi Mautik schon paketieren, also ob das Juno Host ist oder Cloudron oder ob du bei Ionos dir so ein Mautik klickst, also was war deine Motivation und wo siehst du dann den Benefit, dann doch dafür eine extra Maschine hinzustellen, statt quasi die App mitlaufen zu lassen neben anderen Apps. Ja, also mein Gedanke war wieder, dass die Voraussetzungen möglichst gering sind, also das heißt, wenn jemand so einen Anbieter schon kennt, also er muss den Anbieter kennen, er muss das System kennen und dort muss ja das Bautech auch irgendwie entsprechend gehostet sein und mein Gedanke war eben, ein Skript zu haben, was eigentlich nahezu überall funktioniert, weil ich sage ja nur, du brauchst nur dieses Ubuntu 20.04, das war's und ob das jetzt ein Brutserver ist, ein VPS in der USA oder in Deutschland oder wo auch immer, dass das eigentlich wurscht ist und du bezahlst das ja, also wenn du wirklich so eine Mini-VPS-Maschine für eben diese 4,99 Euro oder was das so kostet, du bezahlst ja auch nicht mehr, was du nicht brauchst oder sowas. Aber ich sage auch immer, ich bin offen für alle Geschichten. Ich habe halt das für meine Zwecke so gebaut, weil wir eigene Server betreiben und wenn ich jetzt einen Kunden, den habe ich halt auch gesagt, du hol dir halt mal so eine VPS-Maschine bei dem oder bei dem und dann lache ich meinen Skript schnell drüber laufen und mit dem Hintergedanken, wenn das eine ganz normale VPS-Maschine ist, wo ich alles machen kann, dann habe ich einfach weniger Voraussetzungen. Also ich kann ja Mautic auch einfach, je nach Webhosting-Anbieter kannst du Mautic ja einfach auch über, keine Ahnung, und Plesk oder wie die ganzen Verwaltungsoberflächen ja auch installieren, dann lädst du es hoch, aber dann fängt es schon wieder an, jetzt musst du die Contjobs irgendwo einbauen und die Contjobs können dann nur alle fünf Minuten starten und diese ganzen Abhängigkeiten war so ein bisschen mein Gedanke, dass man die einfach auf Null stellt und sagt, hol dir hier wirklich das Nacktteste, Mini-Linux irgendwo bei irgendjemandem und dann installiert er das einfach. Ja, so vielleicht ein bisschen als Erklärung. Cool, danke. Genau, weil mein Gedanke ist, also mir persönlich ist es immer sehr wichtig, die Unabhängigkeit. Und wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt so einen, also bei dieser Firma, dieses Contabo, wo ich da den Link hatte, wenn jemand sagt, warum auch immer, ich will bei denen nicht mehr sein, dann kann ich mit diesem, mit dieser VPS-Maschine ja einfach woanders hin umziehen. Und wenn ich jetzt aber sage, ich habe als Grundbasis irgendwie, wie du sagst, ein System, das nimmt an, was du jetzt genau gedacht hast, aber wo irgendjemand anders was vorbereitet und du bist ja dann auf dessen Basis eventuell angewiesen, dass der das weiterhin betreibt. Das hat ja auch alles Vor- und Nachteile, aber das war mir halt wichtig, dass ich sage, ich als Kunde oder als Mautek-Nutzer, ich bin Herr über meine Daten und ich kann jederzeit von Anbieter A zu B wechseln und habe da keine oder möglichst wenig Abhängigkeiten. Das war so ein bisschen der Gedanke da. Cool, dann lass uns uns reparieren, damit es die Welt bekommt und nichts. Ich habe es heute schon dreimal installiert und jedes Mal hat es funktioniert, aber ich habe mehrere Subdomains eingerichtet, aber wahrscheinlich hat mein DSL-Router, ist ja wurscht, aber ich mache es heute Nachmittag aber auf Englisch, dann kann ich mal gucken, ob es da nicht funktioniert. Genau, dann hau es hier den Chat rein von der Mautikon, die läuft ja noch bis heute Nacht, oder so. Dann wissen alle, die heute hier waren, jetzt geht es auch wirklich. Cool, vielen Dank. Super, dann tschüss zusammen. Viel Spaß, wenn ihr die Aufzeichnung irgendwann anguckt und noch schöne Mautikon mit schönen, tollen Erkenntnissen für euch. Bis später. Dann tschüss zusammen. und dann tschüss. Vielen Dank.